So, und wer seid ihr? Kenne ich alle nicht. Kollege, ich arbeite hier. Die die Fresse polieren. Ich komme da gleich wieder raus, da. Ey, der hat ja mal ein cooles Büro. Oh, bleib mal krimig. Nicht unterrumpfen, Frau Snow. Du hast mir eine Frage gefragt. Nicht unterrumpfen, du sollst mich für die Unbezüge, Frau Snow. Ich habe dir diese Nachrichten so schnell wie ich konnte. Du bist in der Verkaufung, um die Dinge zu gehen, um hierher zu gehen. Das ist eine Frau, Alter, Mann. Back off, Ichabod. Es ist nicht ihr fault. Ich brauche deine Hilfe, Bigby. Insofern zu versuchen, zu verabschieden, vielleicht sollten wir die Fresse holen, die das gemacht hat. Oh, das ist der Mann, der die die Kitasstrophe zu verabschieden ist. Wie convenient. Sheriff, du bist die Kitasstrophe zu verabschieden, die Mitglied der Fäbletown. Du hast zu tun, um jemanden ihre Leben zu verabschieden, und die Sicherheit der gesamte Gemeinschaft. Sag mir, du hast du etwas gemacht. Are there any leads? Suspekt? Anything. Anything at all. Any shred of evidence, du zwei wissen, was du machst. Denn jetzt, ich habe eine halte Meinung, um die beiden von dir zu verabschieden. Der Holzfeller. Der Holzfeller ist eine Person von Interesse. Von dem wir haben, er war letztendlich mit dem Begriff. Der Holzfeller? Das Wettbewerb war das Grund? Es ist eine Leid. Ich habe noch nicht sichergestellt. Find ihn. Get ihn in hier, wenn das alles, was du musst. Du zwei musst auf diese Situation zu verabschieden. Quickly und ruhig. Die letzte Sache, die wir brauchen, ist all of Fäbletown, wunderschön, dass es ein Killer amongst uns ist. Snow. Ja? Sir? Call Vivian, das Moment, und lass sie wissen, ich komme in früh für meine Massage. Ich werde. Massage? Wo ist die Bottle Wein, die du kaufen willst? Keine Worte. Vergiss es. Ich kann nichts tun, richtig. Meine Herren, du stellst dich voran. Wir finden jemanden, der kann. Ich sag mal lieber gar nichts. Du hättest ihn einfach mehr verabschiedet. All right. Well, that could have gone better. Oder schlimmer. maybe we should have dragged it out. For what it's worth, I still think it was better to tell him. Yeah, maybe. Es war auch und wie immer. Oh, Crane doesn't like people smoking and... Äh, ist er hier? Never mind. Smoke away. Crane hat morgen eine Massage, hä? Crane. Crane. It doesn't really matter the time of day. The mere scent of stress, and he's out the door. Is... Is he gone? Where is the door? Yes, thankfully. Hallo, Frau Snow-White. Statt er vorhin auf ihrem... ...dann war es bei Mr. Rickobods' Desk. Dann, denkst du, es wahrscheinlich zu ihm gehört? Vielleicht. Du, bist ein Affe. Wie geht's dir heute, Mr. Bigby? Gut. Gut, Bufkin. Danke, dass du es gefragt hast. Bufkin, krieg die Bücher. Welche Bücher? Die, die mit all den Fäbeln drin sind. Ich bin nicht sicher, dass das noch mehr spezifisch war. Bring die ersten drei. Ich bin in ein paar Minuten zurück. Die ersten drei Märchenbände. Er weiß diejenigen, die ich darüber spreche. Ach, weiß er das. Es ist bestimmt, dass sie hier Informationen gibt. Irgendwo. Wir werden zumindest ihre realen Namen von den Büchern bekommen, wenn Buf sie finden kann. In der Zwischenzeit, schau sie auf. Vielleicht kann die Märchen helfen. Du musst wirklich diese Appointe bekommen. Wer ist der beste Kopf im Land? Du nicht! Was? Hey, krass, Aladins Wunderlampe. Anglopseln. Magiklopseln sind ziemlich einfach nur Lampen. Nachdem die Genie getrennt wurde. Ja, das ist richtig. Hätte ja sein können, wär schön gewesen. Ich habe ein Wunder hier. Spieglein, Spieglein an einer Wand. Wer ist der Wölfische Wolf im ganzen Land? Oh, die Spiegleffekte haben sie aber schön gemacht. Ich sollte mich mal wieder rasieren. Okay. Hey, Magikmarsch. Ich habe eine Frage. Du kennst die Regeln. Ich habe keine Zeit für diese Sache. Deine Verzüge ist kallig. Du bist schrecklich krulig. Aber du hast ein Respekt für unsere Historie und Regeln. Ja. Das ist ein Wunder. Ein Wunder, ein Wunder. Wenn du möglich bist, erzähl mir alles über diese Fable. Duhst? Das war so schwer. Ja. Ich bin ungefähr zwei Sekunden entfernt von dir. Ich bin ein Wunder in dir. Es gibt keine Chance für das. Okay. Welche Fable willst du wissen? Show mir den Waldmann. Wo ist er? Was du sehen kannst, ist er zufrieden. Der Waldmann schlägt auf eine Straße. Kein Scheiß. Welche Straße? Entschuldigung, Bigby. Ich kann dir nur zeigen, was sie sehen kann. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Nun, bis du es machst, kann ich dir nicht helfen. Show mir Buffkin. Hey, leg dich die Botte an und komm zu arbeiten. Still looking? He he he. Alter Säufer. Snow. Show mir Snow White. Nicht viel von einer Reise. Sie ist in diesem ganzen Raum. Kein Person gerade jetzt. Sehr gut. Bitte zurück, wenn du möchtest, über jemand anderes zu fragen. Oder jemand anderes zu fragen. Ja, wir können uns noch helfen. Der komische Spiegel. Ja, du Chao... Oh, Narfe! Ich bin sicher, wir werden es alles geschlossen. Okay. Danke. Ja, für ein Alkoholproblem. Nun gut, dann schauen wir uns mal hier ein bisschen weiter um. Aha. Hier. Büro... Dings. Gedöns. Schreibtisch. Buch der Symbole. Könnten wir ja mal mit dem Ring irgendwie... Ah, großartig. Was? Ich kann nicht mehr davon lesen. Ich kann helfen. Kannst du das? Ja, danke. Wir schauen uns auf uns. Ich weiß nicht, ob wir es tun. Bavkin, Translate. Hm, an exquisite design from the Good China of Toad Hall. Mr. Toad? He probably wrote this in himself. What's it say about that? It says Bricklebit in an older Elvish hand. What's Bricklebit? A magic word. Makes animal shit gold. Oh. Ich glaube, er hat für eine Millisekunde darüber nachgedacht. This looks familiar. Yes. From the axe of the woodsman, a druid blessing actually. Someone blessed that thing. I only translate. Okay. Weiter blättern. Was ist das? What's that? It reads Mark of the house of the frog prince. Aha. Quite who I'm looking for. Okay, jetzt sind wir wieder ganz am Anfang. Da waren wir auch gewesen. Aha. Was ist auch so was wie Robin Hood? Robin Hood. This is the one. Where is this symbol from? Which family story? That's an odd one. Family name? Al- Lai-Rau? I'll go look it up. Oh, Lai-Rau. That means every kind of fur in German. Donkey skin. Yes. What does it say? It's in the trailer. Donkey skin girl, also known as Donkey skin, also known as Ass skin. It prefers to go by the name Faith. Poetic. Bufkin, we don't need the commentary. The story of Donkey skin. There was once a great king with a beautiful queen. The queen grew ill and had her husband promise to only marry the most beautiful girl in the kingdom. After a long search, it became clear that the only woman in the land that could match her beauty was... Oh. His daughter, Faith. She had a magic cloak made from the skin of her father's prized donkey that would hide her beauty so she could escape his kingdom. Eventually, she married a prince who could see past the magic cloak and knew her true beauty and they lived happily ever after. Should I mark it, Miss Snow? Yes. Please. And what's her husband's name? Lawrence. Prince Lawrence. Prince Lawrence. We got what we came for. Yeah. Her name's Faith. She was married to Prince Lawrence. I mean, that's more than we... Name was Faith. You should talk to the husband. Can we not see the Spiegel where he is? I mean, we are... We can't see what you mean. We can't rule him out. We can't rule him out. Oh, ein Märchenbuch. Ja, will ich gucken. Märchenbücher sind schön. Any information on Fables in our community will be somewhere in these books. We already know our name, but feel free to have a look if you like. Okay. Irgendwoher sagen die mal alles was. Wie zum Beispiel er hier. Das bin doch ich. Me. Ha, das bin ich. I'm pretty sure that's supposed to be me. Schneebytchen. Dwarves. What I said about that, das ist besser. Aber also eine Schneewittchen. Ja, unser Buddy. Ja, und seine Axt. Und seine Axt. Ja, die zwei von ihnen. Ich wonder, was die Geschichte war. Hm. und happy Tage. Und ihr Mann. Glücklich. Und ihr Mann. Funny. Colin und seine Brüder. Die drei kleinen Schweinchen. Ach, ja, war Donkey Skin. Ja, das war sie. Ein lange Zeit. Hm. Ach, der kopflose Reiter. Sleepy Hollow-like. Ichabod Crane. Ach, ja, stimmt. Das war ja aus Sleepy Hollow, aus dem Film, da mit dem kopflosen Reiter. Jetzt weiß ich auch endlich mal, woher mir der Name so bekannt vorkam. Vielleicht ist es Zeit, dass es sich verändert hat. Okay, wir haben aber hier noch welche hier. Toadie? Und wer ist das? Meister Lamper? Nee, Quatsch. Er mag seine Privacy, ich denke. Oh, was Toad? Er mag seinen ein bisschen mehr. Sonst haben wir hier alles. Okay. Spieglein, Spieglein. Zwischen den Regalen. Zeig mir, was Sache ist, aber erst mal nehme ich mir das Tau-Kartendeck. Strength. Ich glaube, es kommt in allen Formen. Nippenwolf drauf. Nochmal. Oh. Die Bilder sehen ja richtig toll aus. Moment, das sind neun Schwerter? Nehmen wir mal mit. Ich meine, ich habe hier auch einen Tau-Karten-Zent. Ich könnte jetzt nachgucken im Buch. Wer weiß, wo sie vorhin waren. Oder was er gemacht hat, um sie zu holen. Also, was die Karte bedeutet, aber was machen wir später. Erstmal quaken wir hier mit dem Spiegel. Aber Moment, das will ich jetzt mal gerade wissen. Ach, können wir nicht einsetzen. Schade. Das war's.